Seid gegrüßt, Volk! Heute zeige ich euch das offizielle Deluxe-Buch von Zelda Breath of the Wild. Es ist riesig, es ist wirklich riesig. Mein Gott, guckt euch mal den Unterschied an. Also hier mit Hyrule Story, das ist schon mega, ganzes großes Stück hier, fetter und größer. Meine Güte. Ich habe mir gedacht, ich habe es mir halt bestellt gehabt und habe mir gedacht, wenn ich so ein fettes Viech schon kaufe, dann werde ich euch das auch mal ein wenig zeigen, was da so drin ist. Also wechseln wir erstmal die Kamera und machen das Ding hier auf und dann sehen wir mal, was drin ist. So, jetzt habe ich mal die Apparatur hier einigermaßen aufgebaut. Ich hoffe, das funktioniert so. Und, ah, schaut euch das an. Was haben wir denn da? Sieht nach einer Karte aus. Einer, mein Gott, ja, wirklich. Es ist Hyrule Navigationskarte, wunderbar. Diese Seite des Poster zeigt alle wichtigen Ziele. Ach, guck, oh mein Gott, das ist ja tausendmal besser. Also, wir haben hier die Türme, Regionschreine, Ortschaftenstelle und so einen Scheiß. Wollen wir mal gucken. So, was haben wir jetzt hier noch? Kompletierungskarte. Okay, Würfel, Muster, Kreise. Kreise und Objekte wie Felsen oder Wasserlehen. Okay, Objekte wie Steine, Blätter oder Tonkrüge. Das ist natürlich ganz wichtig hier, die Dinger. Laub und Feenstaub, Rennen, Springreiten, Opfergaben. Opfergaben, mein Gott. Okay, und da unten sind die Krok-Samen, Kosten für Inventarfelder. Ah, guck mal, hier, 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 hier. Wer sich interessiert für das, wie viel Inventar man braucht für den ganzen Spaß, ich weiß jetzt nicht, wie das gefokust wird hier. Ich sehe nämlich nicht die Kamera. Aber ist ja auch egal, wer das sehen will. Hier, Waffen zum Beispiel bei 55. Krok-Samen kriegt man sein neues Subfeld. Oh mein Gott, bei Schilde kriegt man ganz schön viele noch dazu. Egal. Wollen wir jetzt mal gucken. Oh, guck, durch diese... Ich kann die ganze Karte jetzt hier nicht ausklappen, aber das ist schon ziemlich riesig. Ja, wir haben hier auf jeden Fall die ganzen Schreine drauf. Also alle Schreine sind drauf, wir haben alle Städte, die Türme und die Stelle. Das ist gar nicht mal so schlecht, das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Und da unten geht es dann auch weiter. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Dann können die ganze Karte nämlich noch drehen. Mausi, du drehst durch. Oh mein Gott. Okay, wie beschrieben hat man hier diese ganzen Sachen, wo man was kriegt. Ach du Scheiße. Warte, ich glaube... Ja, das sind Pfeile, okay. Ich hab grad schon gedacht. Ich hab gedacht, da sind auch noch die Waffen auf der Liste. Auf jeden Fall ziemlich riesige, umfangreiche, krasse Karte. Ich wusste gleich, dass sie hier mit bei ist. Aber wollen wir jetzt mal gucken, was man hier so... Der Inhalt. Spielverlaufsteuerung, blablabla. Lösungswege haben wir. Schreine, Gegner, Inventar, Nebenaufgaben, Extras. Das sind 348 Seiten. Vorwort. Also jetzt erstmal hier so ein bisschen Vorwort. Wunderbar. Schnellstart. Ja, wie man startet. Lösungsweg. Spielebegleiter. Also hier werden nochmal Amiibos erklärt. Grundlagen. Alle wichtigen Spielelemente werden hier vorgestellt. Also wahrscheinlich wird das, weiß ich, Ausdauer und so ein Scheiß. Ja, Steuerung und so. Das ist nichts, was wir brauchen. Die Welt entdecken. Temperatur, Ruine, Gräuschpegel. Gar nicht mal so unwichtige Sachen eigentlich für den Anfang. Sehenswürdigkeiten. Das sind dann hier die Türmen und die Schreien und so ein Spaß. Wunderbar. Die Katze geht gerade auf Toilette. Das ist genau. Danke. Das ist das beste Timing. Ich bin jetzt auch glücklich, dass gleich die Luft verpestet wird. Kampf. Also hier wird auch erklärt, dass man Entdecken und Verstecken, Fall und Bogen überall, Heimlichkeit, Blocken, Wegrennen, perfekter Block hier. Also das, was man gegen diese Guardians einsetzt. Um die mehr oder weniger umzubringen. Hier ist auch nochmal perfekter Block, wenn du mit einem Schild Ausrüstung und Gegenstände. Zum Beispiel hier zum Bäumehacken, da hat man hier diese scheiß Äxte benutzt. Hammer benutzen. Krok-Samen. Rubine. Wunderschön aufgelistet, die Rubine. Charakterentwicklung. Oh, guck mal hier. Ausrüstung. Optimierung der Ausrüstung. Ausdauercontainer. Ausrüstungsfelder wird hier auch nochmal erklärt. Ich habe die Krok-Samen zum Beispiel persönlich sehr, sehr spät erst gesammelt. Das war ziemlich ärgerlich. Ach, Kochen haben wir auch noch hier auf der Seite. Ja, Wetter und Elemente. Ich will mal, das war jetzt immer so ganz gut. Ah, Module. Verbesserte Module, das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Weil dieses Stasis-Modul, das ist echt so OP, wenn das aufgerüstet ist. Kannst ja einfach die Gegner anhalten. Das ist einfach ultra. Ja, hier nochmal ein paar Rätsel, einfach mal so aufgezeigt. Und hier kommen die ganzen Lösungswege. Ah, hier haben wir Rute im Lösungsweg, Fortbewegung des Spielers, Bewegung von Objekten, Bewegung von Gegnern. Also wie man alles machen kann. Guck, oh, jetzt haben wir hier auch noch das Plateau. Wir haben hier auch noch von der Karte selber, damit wir nicht so ein riesiges Ding haben, nochmal im Buch selber verschiedene Abschnitte gekennzeichnet, wo auch die schreien und alles sind. Trocksam. Wird ja auch noch beschrieben, wo du optionale Aktivitäten hast. Ähm, das ist das falsche. Mausi, du gräbst gerade den falschen Sand weg, aber das ist egal. Okay, also Lösungswege. Hier kommen jetzt die ganzen Schreine. Wamudai-Schrein und, oh mein Gott. Also sämtliche Schreine sind jetzt hier immer in Gebiete aufgeteilt scheinbar. Also hier haben wir nämlich jetzt die Region der Zwillingsberge. War hier nicht auch der, genau hier unten. Hier unten haben wir die Farmstelle für den Drachen, wie ihr euch erinnern könnt. Haben hier auch noch Nebenaufgaben. Oh, guck mal hier. Nebenaufgaben, da kannst du dann sagen, ihr seid 220, das ist dann wahrscheinlich, ja, hier hinten die Nebenaufgaben erklärt, die später erst kommen. Aber ist geil, dass sie eigentlich hier sagen, wo die Nebenaufgaben sind. Und die Pfeile zeigen die auch noch, welche Nebenaufgabe was auslöst unseren Spaß. Also wenn du 100% machen willst, ist das hier wirklich top. Ich hab's mir halt geholt, weil, ja, weiß ich nicht. Das ist halt wie, 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 wie das Hyrule-Story. Das ist einfach so ein Sammler-Ding, weißt du. Also muss einfach irgendwo sein, aber das ist ja echt praktisch. Aber vor allem für die Crocs kann man zwar auch im Internet nachgucken, aber ich hab mir gedacht, ja, als Zelda-Fanatiker muss das schon so gehen. Grundlage im Überblick, Fortsetzung, Standardbögen, Mehrfachschussbögen. Also die Mehrfachbogen, um das jetzt mal nachzugucken, haben einen geringeren Basisschaden, aber sie schießen mehrere Pfeile gleichzeitig. X2 bedeutet 2, X3 3 Pfeile, die den genannten Schadenswert machen. Also wenn ihr zum Beispiel einen Bogen habt, der 14 macht, und ihr trefft mit allen beiden ein dreifachen Ding, dann könnt ihr ja euchs rechnen, habt da mehr als genug 42 Schaden. Also kann man sich da schon mal erlegen, ob man einen Einzelbogen vielleicht weglegt. Der, weiß nicht, 30 Schaden macht. So, das gleiche geht dann jetzt hier mit den Zoras los. Der fette, 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 fette Faruta Dungeon, also der Boss. Ah, hier wird auch nochmal eine Alternative erklärt, wie man den Boss machen kann. Die erste Phase wird hier komplett erklärt, die zweite Phase ist ja auch ganz klar. Ich fand übrigens, muss ich wirklich gestehen, ich fand den Boss hier, den ersten, hier Wasser... Ja, den Wasserflug fand ich echt am schlimmsten. Das war echt, weiß ich nicht, ich hatte so zu kämpfen mit denen, die anderen waren total easy, aber das war wirklich die richtige Huren, so. Die Sachen mit den Borodos, wie man sich da reinschleichen kann und so. Master Koga, wie man den umbringt, das ist aber jetzt eigentlich auch nicht so dramatisch gewesen, aber ich muss sagen, das Versteck war echt schon Terror. Aber man kann sich da übrigens auch immer noch nach jedem Blumen und Bananen holen. Das sind, glaube ich, weiß ich nicht, 15 Stück oder so. Also wer irgendwie Level 3er Schaden-Buff haben will, der sollte sich da reinbegeben. Hier kommt dann von Naboris, also... Achso, man sollte... Man soll also eigentlich den Elefanten machen und dann das Kamele. Ich hab den Vogel gemacht. Also der Orni-Typ da. Genau, da kommen wir jetzt auch schon zu. Der Windtitan Warmedow. Auch richtig geil, weil ich find's richtig schön, dass du verschiedene Lösungswege hast für die ganzen Bosse. Ach, für die ganzen Bosse. Ja, die Bosse sowieso. Aber auch für die Rätseln, für die Danken selber. So, dann haben wir jetzt hier mehr oder weniger die Dingens. Oh, Erinnerungsfotos. Oh, hier haben wir direkt auf einer Karte alle Erinnerungen, wo die sind. Das ist gut, da fehlen mir nämlich nur welche. Aber ich glaub, die find ich sowieso noch ohne die Karte. Das Schwert der Schelden. Ja, aktiviere... Ah, hier wird auch nochmal erklärt, was man machen muss. Aktiviere den Turm der Welt. Erfinde den Weg durch die verlauteten Welt. Erforsch den Wald der Krux und holier's Master-Schwert. Mal wieder Nebenaufgaben. Ab Seite 200+. Oh, guck mal. Hier wird sogar der Waldweg beschrieben. Wie man laufen muss, falls man mal kein Feuer hat. Weil du musst dadurch mit dem Feuer durch dir ran. Schloss Hyrule. Das ist übrigens ein... gar nicht mal uninteressantes Kapitel. Weil das Ding ist sehr, sehr vielschichtig. Du weißt hier nämlich auch diesen Kerker-Boss. Dieses Drecksviech, was hier auch das Filioschild hergibt. Also, falls ihr das nicht kaufen könnt oder so, weil ihr das noch nicht hattet oder euer Amiibo das nicht gedroppt hat, dann geht zu dem Viech hin und holt euch das. Ja, gerne. Nein, nein, nein. Ja! Ach ja, ach ja. Liste der Schreine. Und ich sage ja immer, deswegen nehme ich weniger auf, weil man mir wirklich immer dazwischen kommt. Und ich konnte ja jetzt nicht mal hier mal kurz mein Buch durchgehen, ohne dass man mich irgendwie unterbricht. Aber egal, jetzt haben wir hier nochmal alle Schreine. Also, wer jetzt irgendwie... Also, wenn ich wirklich mal gucken will, hast du wirklich alle Dinger und sogar die Inhalte der Schatzkisten dabei. Also, wo antike Riesenkerne rumgammeln, falls ihr die braucht. Feuergroßschwert. Ich kann ruhig, wirklich, ich kann ruhig Bilder machen und euch die hochstellen. Auf die Facebook-Seite oder so. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, ich habe eine Facebook-Seite, da könnt ihr auch mal raufgucken. Und dann könnt ihr, da packe ich mal vielleicht ein paar Bilder rein. Also, einscannen kann ich da nicht, weil das Ding, das Buch hier ist größer als mein ganzer Scanner. Muss ich so wundervolle Fotos von machen. Aber dann habt ihr auch mal vielleicht so ein bisschen im Augenblick, welche Items da jedenfalls sind. Ich mache jetzt nicht Foto hier von 300 Seiten, das soll ja klar sein, ne? Gut. Oh Gott, um den Schrein zu erreichen. Das war ja sehr brutal. Okay, jetzt kommen hier wirklich erstmal alle Schreine. Guck mal hier, das ganze Stück ist auch noch Schrein. Schrein, Schrein, Schreine. Und da kommen irgendwo die Nebenaufgaben. Ja, Schrein. Nebenaufgaben. Das ist etwas, was ich sehr gut finde. Und hier hast du übrigens das Glossal nochmal in Übersicht. Nebenaufgaben, Inventar, kommt gleich auch nochmal. Gegner, Extras und Index. Die Extras interessieren mich ja am meisten noch bei dem ganzen hier. So, die Türme, wo die sind, das kommt natürlich auch geil. Jetzt erst zu den Nebenaufgaben, dass die Türme erklärt werden. Wobei, wir haben ja sowieso die Karte, also ist das ja wurscht. So, die Nebenaufgaben. Der große Räuberkönig, Seite 220, wird also jetzt gleich erklärt. Wir haben hier übrigens verschiedene Zahlen. Römische Zahlen sollte man dann auch schon können. Ein V ist die 5. Gut, ich glaube, das schafft ihr. Also, dann kann man gucken, wo man hin muss, was sich hier wie entwickelt. Kokos Küche zum Beispiel ist vierteilig. Ist auch schon mal gut zu wissen. Und dann kann man gucken, wenn man wirklich verzweifelt, wo muss man was machen und was ist was. Da wird auch schon gezeigt. Du willst mehrere Schatzkisten, darunter eine hinter weiteren zerstörbaren Felsen finden, die Aufgabe abschließen. Okay. Gut, also wunderbar gezeigt. Die ganzen Nebenaufgaben, die du hier machen kannst, werden relativ kurz und ich denke mal sehr präzise erklärt. Sodass man das relativ schnell hinkriegt. Dunkle Geschäfte, auch hier wieder die ganzen Orte, sehr was hat und alles. Ist nicht uninteressant. Ist wirklich nicht uninteressant. Also, wenn man wirklich hier machen will. Ah, guck mal, der Laden hier zum Beispiel. Dann schätze ich mal, wie man auch mal kurz zur Gerudo-Kacke geht. Nimm mein Ding denn auf? Ja, das nimmt ihn auf. Ich will jetzt mal nochmal zu den Stetten gehen. Weil bei den Stetten müsste ja theoretisch eventuell auch noch eine Itemliste bei sein. Wie viel was kostet. Bei den Gerudos zum Beispiel. Da gibt es, glaub ich, so wie ich mir es selber aufgeschrieben hab, die billigsten Pfeile, mehr oder weniger. Ja, Fana, Bora, Blablabla, du bist ein Hurensohn. Aufgaben der Gerudo. Okay, hier endet das Kapitel und hier kommen wir zu den Gerudos. Aber ich glaube, ein Shop ist hier nicht aufgelistet gewesen. Das wäre mir sonst irgendwo auch ins Auge gesprungen. Nein, das sind wirklich hier nur die Aufgaben. Okay, dann ist das wirklich hier nur beim Akala-Institut, dass du hier sehen kannst, wie viel was kostet. Aber das kann man sich auch selber angucken, wie man... Traut dir dein Glück allein. Ah, dieser Spoiler. Ja, der ganze Ding hier ist ein Spoiler. Ist ja scheißegal. Ja, da wird halt erklärt, wie du dein eigenes Haus kriegen kannst. Hier sind auch nochmal Nebenaufgaben. Jetzt kommt das ganze Zora-Reich scheinbar. Haben wir noch. Stöpsel, drehst du jetzt komplett durch. Darf ich wirklich nichts in Ruhe machen? Das ist wundervoll. Region Tabanta-Turm. Stöpsel! Nein! Du warst gerade draußen die ganze Zeit. Ich kann nicht den ganzen Tag mit dir rausgehen. Das geht einfach nicht. Das schaffe ich doch nicht. Ich muss ja auch mal was anderes machen. Ah, hier, guck mal. Das Glossar ist hier auch nochmal unterteilt. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann. Nebenaufgaben sind nochmal unterteilt. In welche Gebiete das ist? Wälder und hast nicht gesehen. Eldin und Akala und... Die sind nicht alle heißen. Also, dadurch kann man für sich vielleicht auch nochmal merken, wo welche Waffen rumkleben. Leute, weiß ich, Feuerstäbe zum Beispiel. Ich liebe Feuerstäbe, weil ich kämpfe immer mit... Ich zünde den Boden an, fliege und dann... Mit dem Bogen. Und dann halt mit so einer scheiß gekochten Karotte, wie ich das in einem Video mal gezeigt habe. Ausdauer wieder herstellen komplett. Und weiter Amok laufen. Das ist einfach so ultra, in diesem Modus da alles umzubringen. Der Monsterladen, nicht uninteressant. Da kriegt ihr nämlich eine gute Rüstung. Inventar. So, was haben wir... Ja, mein Gott. Ist das schön. Und die Effekte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kein Brennen. Drehattacke ermöglicht eine Drehattacke beim Schwimmen. Ja, das wissen wir, dass bei den Zora-Sachen... Oh mein Gott, hier sind sogar die Upgrade-Dinger. Alle Upgrade-Dinger hier sind drin. Die kann man nicht upgraden. Und dann steht hier zum Beispiel ein Herzen-Stück. Oh, das ist so ultra. Ist das geil. Donnerhelm. Oh, die haben sogar die grimmige Gottheit drin. Obwohl die noch nicht draußen ist. Ja, also der Amiibo ist offiziell noch nicht draußen. Aber die haben das Ding jetzt hier schon drin. Toll. Und da habe ich ein Video erst vor kurzem zugemacht. Ich glaube es nicht. So, Waffen-Element. Waffenangriffs-Fahrer. Ja, also hier die ganzen Buffs, die hier haben können. Beziehungsweise Werte. Was weiß ich, wenn du Weitwuff machen kannst. Oder die halten länger. Oder machen wir Schaden. Verfolgbarkeit. Ebene von Hyrule West Nekluda. Akala-Institut. Diese Hardcore-Wächter-Waffe. Weißes Schwert kann per Amiibo freigeschaltet werden. Okay. Ja, aber auch gut, wenn ich mal hinschreiben will, welchen. Hyrule-Schild. Okay, also die ganzen Schilder haben wir hier auch noch. Die Element-Waffen. Wo sie sind. Feuerschwert, Arena-Ruine und Schlucht von Eldin. Aber ich glaube, so ein fettes ist sogar im Hyrule Castle noch. Hier ist gremige Gottheit-Klinge. Oh, das ist schön. Die haben wirklich schon das Aktuellste vom Aktuellen drin. Die verschiedenen Pfeile. Lichtfall-Schattenbogen. Angriffskraft 100. Ja, das wissen wir ja von dem Ende. Das kriegst du ja so nicht. Zutaten. Oh, das ist gut. Große Maxi-Rübe. Hebra-Gebirge und Gerudo-Hur-Ebene. Du kannst du aber auch in der Nähe von dem Pharaudra-Drachen bekommen. Also, da ist noch so ein Leine-Vieh. Stöpsel, kotzt du gerade vor meiner Tür? Ich hätte Gras gefressen. Also. Das ist cool. Gekochte Nahrung. Die Rezepte. Stöpsel! Nicht verrecken. Also, wenn ich gleich aus der Tür gehe, werde ich wahrscheinlich in Kotz treten. Wunderbar. Okay, wichtige Gegenstände. So weit wie der Donnerhelm. Den kriegt man in der Nebenaufgabe. Den will ich auch mal hinkriegen. Habe ich mir immer noch nicht geholt. Ich hatte nämlich gar keinen Nerv drauf. Was? Es gibt Orden, Ivarok-Orden, Hinox-Orden, Maldora-Orden. Wenn man alle 40 Hinox besiegt und mit Killton sprechen. Okay. Also, muss ich einfach mal Amok laufen gehen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt dafür zählt, ob der Dingans die respawnt. Der Blutmund. Oh, die verschiedenen Schleime, wo die rumgammeln. Oh. Das geht noch größer als das. Octorox. Wo die... Die sind gut. Das meinte ich mit dem Feuerding. An Schlucht von Eldin. Meteorstab. Also das Feuerding. Bobblins und Mobblins. Jägerbande. Wächtergeräte. Fluchmonster. Das sind die Hardcore-Fiecher aus dem Hyrule-Cast. Nanowächter heißen. Ich wusste gar nicht, dass die Nanowächter heißen. Für mich sind die einfach Wächter gewesen. Scheiß Drecksdinge. Aber die sind easy nach einer Zeit. Also, am Anfang hast du wirklich noch zu kämpfen mit denen, aber irgendwann... Hinox. Hinox, blauer Hinox, schwarzer Hinox, Stahl. Hinox. Ach ne, Star. Das ist ja diese Skelett-Variation. Moldora. Den habe ich einmal bekämpft, aber auf einer ziemlich verkrüppelten Art und Weise. Ich bin auch auf mehr oder weniger fast verreckt, aber das... Oh. Okay. Leunen. Meine Lieblings-Gegner. Die sollten noch ein Update von dem Viehchen rausbringen. Die Endgegner. Koga zählt wirklich als Endgegner. Wie traurig ist das Vieh? Extras. Quelle der großen Fee, wo sie alle kleben. Was haben wir noch? Die Boss-Gegner. Oh. Oh mein Gott, das ist so eine Karte, die ich mir immer wünsche. Ich habe eine auf meinem Handy. Die hake ich dann immer mit so ein Bearbeitungsprogramm ab, wo ich dann immer unterwegs war und bin ich umgebracht habe, damit ich weiß, da brauche ich nicht noch mal hingehen. Aber jetzt, sowas. Die ist schöner. Die ist schöner. Hier, weißt du, nämlich Leun, Leun, Stein. Und die Fettsäcke. Also hier diese Hinox. Magmarock. Und die ganzen Rocks sind auch noch mal unterteilt. Oh, das ist schön. Davon mache ich ein Foto. Also keine Angst, es kommt hoch. Blumenjagd. Ach so, wie man Crocs sammelt. Was es hier für tolle Aufgaben gibt, die die Crocs einen anstellen wollen. Hier, Felsbrocken. Hierbei müssen ein oder mehrere Felsbrocken nahegelegene Löcher befördert werden. Wenn einer an seinen Hang liegt, kannst du ihn anstoßen, damit er ihn unter ins Loch rollt. Ja, okay, dann weiß ich Bescheid. Minigames. Sowas wie das Koronengolf oder das mit diesem Schneeball-Ding, wo du Geld verdienen kannst. Nicht schlecht. Parasegelkurs ist hier unten. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Da gehe ich, glaube ich, mal hin. Ja, da gehe ich hin. Das hört sich nicht schlecht an. So, was haben wir hier? Sind da die Erklärungen? Ach so, Sandrockenrennen. Wettrennen. Hier wird auch nochmal erklärt, wie du am besten laufen sollst. Die Stasistechnik. Wenn du mit der Wurftechnik nicht den großen Wurf zu landen vermagst, kannst du ein Stasismodul zu Hilfe nehmen. Positioniere längst du an der Startposition der Schneekugel. Dass er die Kugel und der vorderste Kegel genau auf einer Linie liegen. Dann musst du den fixierten Schneeball fünfmal mit einer Einhandwaffe schlagen, sodass sich der Richtungsfeil orange färbt. Ah, das ist auch gut zu wissen. Dass man das auch so machen kann. Die Wurftechnik hast du... Oh mein Gott. Also, dass hier wirklich mehrere Dinger machen, finde ich richtig schön. Geht on! Verflügbarkeit, wo der so rumgammelt. Nicht schlecht zu wissen. Die Drachen. Ja, lass mal gucken. Ja, die Beute der Drache wissen wir ja. Schatz der Ranellspitze. Lebensraum. Ich frage mich, ob hier wirklich detaillierte Zeiten aufstehen, aber ich glaube irgendwie nicht. Handbuch. Oh mein Gott. Also man, dieses Foto-Handbuch da komplett machen will. Hier hast du alle Viecher. Und wo die sind? Nein. Also wenn du wirklich 100% machen willst, ist das Buch hier einfach awesome. Geheimnisse und Easter Eggs. Das ist doch schon mal nicht mal schlecht. Das ist hier der Typ aus dieser Megastadt, wo du das Schild nachkaufen kannst und andere Sachen. Hühner. Wenn du Hühner mit einer Waffe schlägst, legt es dein Ei. Das weiß ich. Wilde Tiere kann man auch reiten. Feuerimmunität. Ah, wenn man sich komplett durchnässt, hat man eine Feuerimmunität. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Knochenwurf. Wenn du den Arm einer Stahl-Exalphos wie aufs Kerter wie ein Bumerang zu dir zurück. Ja, Schildsurfen weiß ich. Suche und wenn du drei Fleischstücke und oder Früchte gibst, fühlt er dich vielleicht zu einer Schatzkiste in der Umgebung. Ah, hier steht auch noch wo und was man kriegt. Irgendwann interessant ist dabei ein Sternensplitter. Ist ein Angelschnitt. Ansonsten Pfeile, Ritter, Schwerter, Lanzen. Ach, noch ein Sternensplitter. Ein Stall des Schneelands. Musst du mal gucken den. Goldener Rubin ist ein Stall von Marita. Also muss ich auch mal schauen. Sturzflug. Wenn Link durch die Luft geschleuert wird, zum Beispiel durch eine Explosion, kannst du den Sturz abfangen, indem du das Parasägel vollziehst. Ah, okay. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Das habe ich gar nicht gemacht gehabt. Selfies. Es ist ernsthaft das Scheißwort. Ich hasse dieses Wort. Wir haben das früher, wir machen ein Foto von uns genannt. Ja. In meiner Zeit. Ich bin alt. Aber doch nicht safe. Ich hasse dieses Wort. Ich hasse es. Und jetzt ist das in einem Zelda-Buch drin. Das ist für mich ein Schlag ins Gesicht. Das macht mich so traurig. Was haben wir denn noch? Herr der Wildnis. Einzigartig. Ach so. Das sind diese leuchtenden, wunderbaren, tollen Viecher. Wo man auch deren Rücken reiten kann. Die Pferdefee. Das wissen zum Beispiel auch nicht viele. Wenn ein Pferd kaputt gegangen ist, kannst du das Ding wiederbeleben gehen. Wenn du die Quelle untersuchst und tausende Ruven herzahlst, erscheint Marlon. Dieser verstörende Charakter ist die Pferdefee. Ja. Okay. Das ist toll. Die Arena. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Easter Eggs. Oh mein Gott. Okay. Ist eine Seite. Können wir mal kurz durchgehen? Ahem. Aquila. Oder wie auch immer. Er ist der Schwertmeister in der Trinkshalle von Skyward Sword. Die Bele-Ebene. Die Hochebene von Bele ist ein Ort in The Minish Cap. Wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Bitulo-Ebene. Benannt nach einem Kog. Nein, nein. Oh mein Gott. Nach einem Krog. Nicht Krog. Aus Wind Waker. Wo nun. In Phantom Hourglass eine Insel im Nordwesten der Welt des Meereskönigs. Brillenfelsen. Eine wiederkehrende Bergformation in der Serie. Ernsthaft? Ich glaube die kam auf jeden Fall Wind Waker vor. Ich bin mir nicht sicher. Ähm. Daphnos Berg. Daphnons Johansson war in The Wind Waker ein ehemaliger König von Hyrule. Schön. Dorf der Zora ist eine Ortschaft. Ja das wissen wir. Auch aus Ocarina of Time. Ja gut. In A Link to the Past hat man noch nicht wirklich ein Dorf. Da waren einfach Zoras auch noch ein bisschen verkrüppelter. Die große Ebene im Herzen von Hyrule gibt es in vielen Teilen der Serie. Ja ja ja. Eldin. Ein göttliches Wesen namensgebend für die Region in Twilight Princess und Skyward Sword. Faradswald. Benannt nach dem Fratzenwald in Link's Awakening. Floriasee. Einen Floriasee. Und Wasserfall gab es auch in Twilight Princess und Skyward Sword. Also Twilight Princess und Skyward Sword teilen sich viele viele Namen. Gororo wüsste eine Region von Hyrule in Twilight Princess. Nein nicht nur. Es gibt die aber auch in Ocarina of Time. Aber ist ja wurscht. Wer bin ich denn der sich so welche Sachen sagen darf? Goronenberg. Eine Bergregion in The Minish Cap. Ach nein der Gongolberg. Nicht der Goronenberg. Aber die Goronenquelle. Aus Majora's Mask and Twilight Princess. Goronia aus Ocarina of Time. Griubrücke. Ah. Benannt nach dem wiederkehrenden Namen von Drachen. Variation. Gliog, Gliog und Gliog. Tolle Namen. Gustav Berg. Gustav war ein ehemaliger König von Hyrule in The Minish Cap. Huronborg. Doch das Huron-Dorf ist das zentrale Ort. Ist das zentrale. Er ist der zentrale Ort im Oracle of Seasons. Das sind die Gamebook Color Teile. Die waren richtig ultra ja. Oracle of Ages and Seasons. Boah. Bombastisch. Die große Brücke bei den Hyliasee in Twilight Princess. Die Hyliabrücke. Hyliasee. Ja. Kommt immer wieder vor. Kakariko auch. Gandalf Hochebene. Schloss Gandalf Designort in Links Awakening. Wusste ich nicht. Lockfried Berg. Benannt nach König Lockfried aus Triforceus. Weißt du und dann. Dann gibt es Leute die sagen. Ja ich habe echt Ahnung von Zelda. Und dann wissen die sowas nicht. Ich wüsste das jetzt auch nicht. Aber das wäre aber schon krass wenn du dann so. So. So einen Durchgang siehst. Und dann erzählt er dir erstmal sowas vom. Ach ja der Lockfried Berg. Das war doch hier der König aus. 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 Minish Cap. Und hast nicht gesehen. Aber dann würde ich mir auch so denken. Okay. Du musst ja sonst nichts im Leben lernen. Scheinbar. Ich habe meinen Kopf auch mit anderen Scheiß zwei. Egal. Wo waren wir. Bei Lulu See. Lulu ist die Sängerin einer Zora Band. Das weiß ich sogar noch aus Majora's Mask. Melka. Die Insel auf der Link bei seinem Abenteuer in Phantom Hourglass erwacht. Nie gespielt. Mido Sumpf. Mido ist der Anführer der Kugiri. Quasi der Vorläufer der Crocs in Ocarina of Time. Mikau. Auch. Das ist der Gitarrist aus Majora's Mask. Molode. Eine Insel aus Phantom Hourglass. Mövendorf. Bestimmt. Ach. Aus Link's Awakening. Ich habe jetzt eher auf Wind Waker getippt. Egal. Naburo See. Naburo war der Name eine Gurulu in Ocarina of Time. Das war die, die da von den beiden Twin-Schwestern total vergewaltigt wurde. Wo bin ich gewesen? Da. Navi. Benannt nach der Navifee. Der Naviberg. Navi See. Benannt nach Fee Navi. Nausi. Das machst du wundervoll. Ähm. Quelle der Kraft. Nein. Ich bin ganz woanders. Oren Brücke. Oren ist die Königin der Zoras in A Link Between Worlds. Oh. Die haben wir auch noch dazu. Naburo Berg. Naburo war der Name einer Gurulu. Ach. Das habe ich gerade übersprungen. Oh. Nein. Ich bin verrutscht. Oren Brücke. Königin der Zoras. Da war ich doch gerade. Ich bin komplett raus. Firone Wald. Das war das Viech aus... Ah ja. Hier. Firone gibt es. Twilight Prince. Skyward Sword. Quelle Kraft. Mut. La Weisheit. Twilight Force. Wird das Ding noch auf? Ja. Brav. Okay. Raneel. Ein göttliches Wesen und Namensgeber für eine Region in Twilight Prince und Skyward Sword. Bauru weißes Licht in Ocarina of Time, verewigt in einem der Buntglasfenster von Schloss Hyrule in The Wind Waker. Romani, das Mädchen aus Ocarina of Time und Majora's Mask. Nein. Doch. Die Romaniowensch. Tolle Erinnerung. Alien-Attackierung. Was will man mehr? Küken-Song-Geburt. Ja, ja. Was nicht gibt. Sauz. Die Insel ist benannt nach dem Schmied, der in Phantom-Bower-Glass das Phantom-Schwert spielt. Schloss Hyrule. Ja, das kommt immer vor. Seres-Ebene. Seres trifft man in der Kirche in League Between Worlds. Tal-Tai-Gipfel sind Gewichtsregion in Link's Awakening. Tingila ist an Tingel gerichtet. Todesberg hatten wir auch in mehreren Spielen wie A Link to the Past und natürlich auch Ocarina of Time. Toron-Gash-Dranch. Koko-Link in A Link's Awakening. Okay, Toto, sie ist der Manager der Zura-Ben in Majora's Mask. Das habe ich schon voll vergessen. Mit einer noch, Tüter-Blocke. Tüter ist ein Lehrer an der Ritter-Schule. Die Rungau-Steppe ist ein Ort Link's Awakening, ein wiederkehrendes Name für Labyrinth. Artigen Wald ist in die Verlorenen Wälder. Wüstenburg-Ruine. Vierte Landung und Twilight Princess. Zeiten-Wald. Das ist in Oracle of Ages. Und die Zitadelle der Zeit kennen wir natürlich auch aus Twilight Princess und natürlich Ocarina of Time. Und die Zwergenbucht ist ein Gebiet gleichen Namens wie in Link's Awakening. Die Konzept-Galerie. Wie sie hätten aussehen und so aussehen sollen und wie sie es tun. Wunderbar. Der alte Mann. Wirklich toll. Ja, ja. Es ist nie gut. Mifa. Eine der Recken. Ja. Alle am Verrecken. Die Recken-Verrecken. Das ist einfach das Schönste im Deutschen. Boah, der Goron. Daruk. Der war ja auch so ultra cool. Fand ich richtig geil. Doctorox. Ich liebe die Steine. Die sind so toll. Das sind die geilsten Gegner überhaupt. Die sind so wundervoll, die Steine. Oh, jetzt kann ich mir die Dinge angucken, ohne die mich umbringen wollen. Ist ja auch schön. Denk ohne Kopf. Die sind übrigens an A Link to the Past. An diese scheiß Chimieren oben auf dem Todesberg, wenn du in der Schattenwelt bist gewidmet. Denk ich, ist auch kein großes Rätsel. Die Designs für die Schreine. Der Boden. Das sieht nach einem Rätsel aus dem Flatterich aus. Ich hab den Namen Faruta oder so ein scheiß Satfi. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Es ist gefährlich, allein dort draußen. Hier nimmt dies wahrscheinlich eher als beliebten Internetspruch kennen. Er stammt aus dem ersten Abenteuer von Link. Ja, das wissen wir. Ähm, mal gucken. Der Spieler muss im ersten Legend of Zelda praktisch ohne Erklärung oder Direkthinweise das Spiel durchkommen. Bei der Erforschung der Labyrinth ähnlichen Oberredner gnadenlos gefällt. Das war ja ganz auf sich allein gestellt. Fünf Jahre später wurde dieses Konzept in A Link to the Past raffiniert, weiterentwickelt. Das stimmt allerdings. Bei dem man dann noch Orton so abgesperrt hat. Wappen des Königsreichs in Hyrule und Wappen des Königreichs in Lorule. Okay. Meine Güte. Was denn? Passt. Sicher ist sicher. Was haben wir denn jetzt hier noch von... Mit regelmäßigen Checkpoints, automatisch gespeicherten Spielständen und der zusätzlichen Option, um manuelle Spielstände anzulegen, bietet Breath of the Wild eine vielfache Absicherung vorgefahren. Das stimmt allerdings. Wenn du einen Boss nicht besiegst oder so, klebst du sowieso dich davor. Oder wenn du... Teilweise wirklich bei Minigegnern kannst du ja einfach speichern und dann sagen, ja, ist mir zu gefährlich, so einen scheiß Leune zu bekämpfen. Aber, ja. Der Weg ist das Ziel. A Link to the Past. Also kommen jetzt hier die ganzen Spiele quasi... Oh mein Gott, ist das schön. Evolution von Hyrule. Neue Dimension. Da haben wir dann die 3D-Ebene durchbrochen. Nein, die 2D-Ebene haben wir zu 3D durchbrochen. Alles ist miteinander verbunden. Zelda-Spiele boten schon immer optionale Aktivitäten, um den Spieler kurzzeitig von der Hauptgeschichte wegzulocken. Majora's Mess basiert in technischer Hinsicht auf dem Vorgänger Ocarina of Time, besitzt aber eine ganz eigene, außergewöhnliche, düstere Atmosphäre. Ja, gut. Ich hab grad geguckt, ob da irgendwas noch steht mit Verbindung, aber es wurde ja schon erklärt, dass es wirklich einfach ein Portal zu einer anderen Welt ist. Nicht diese Game Theory Typen da mit ihrem Link ist gestorben. Es wurde in Hyrule Historia sogar erklärt, dass das eine Dimension ist und nichts mit irgendwelchen Toden zu tun hat. Eventuell find ich die Stelle sogar noch, ich bin mir nicht sicher. Aber es steht ganz klar hier drinne. Also ich seh jetzt einfach totalen Unsinn an, was die dir erklärt haben. Ist zwar eine schöne Theorie und alles, aber... Ich glaub, hier haben wir's. Unruhen in der Parallelwelt Termina Termina war in Gefahr Eine bizarre Parallelwelt In der viele Menschen Den Einwohnern Hyrule ähneln Es ist in Zelda Hyrule Storia festgelegt Das ist eine Parallelwelt Es hat nichts mit Tode zu tun Und da wird auch erklärt Dass es durch dieses Portal miteinander verbunden ist Das ist eine Parallelwelt Und nichts weiter Er ist gestorben Blablabla Just a theory Fick dich ins Knie Nee Es ist offiziell anders belegt Oft kopiert Nie erreicht Exklusiv Daten Die einzige Informationsquelle Mit einem direkten Draht Zu den Designern von Web of Soar Dieses Buch enthüllt Verborgene Parameter Und geheime Informationen Direkt von Entwicklerteam Nicht schlecht Übrigens die Karte ist 28 x 38 cm groß Das ist gar nicht mal winzig Und wir haben auch Falls man es nicht gesehen hat Hier auch noch so ein Band Ja Man hat sogar ein Band Man kann lesen Und man kann Sich die Seite merken Da Wundervoll oder? Ist das nicht schön? Oh mein Gott Gut Und das war's von mir Ich hoffe Ihr habt jetzt mal so einen kleinen Einblick gehabt Ich hab mir gedacht Einfach dieses Buch ist ein must have Das sieht einfach so awesome aus Schlichtes Design So schön Schwer Fett groß und riesig Was will man eigentlich mehr? Gut Nicht kaputt gehen Gut Dann hoffe ich Es hat euch gefallen Nochmal Und wir sehen uns dann So am nächsten Mal Oder so wieder Also bis dann Dann Vielen Dank.